und jetzt haben wir noch was viel was krasseres und zwar hier das ist eine aktuelle story vom kompaktmagazin sie können diesen teil von dem artikel lesen auf kompakt online der ganze artikel den gibt es nur im printmagazin hier heißt es dass ein gutes deutschland blühe leseprobe aus der neuen kompakt nummer 5 2017 und hier heißt es dann auf dem aktuellen titelblatt der osten leuchtet war der autor mertens er martin müller mertens einer der glaube ich der ganz wichtigen leute war ein kompaktmagazin schreibt hier von wegen umerziehung in der ddr blieben heimatliebe und nation stets teil der alltagskultur bis heute ist der osten deshalb patriotischer okay heißt es hier dann der wind des patriotismus wehte durch den ostberliner friedrichstadt palast februar 81 auf einer tagung regionaler sed karte trat der generalsekretär honecker ans rednerpult und der sagte dann wenn der tag kommt an dem die werktätigen der bundesrepublik an die sozialistische umgestaltung gehen dann stellt sich die frage dann steht die frage der vereinigung beide deutschen staaten vollkommen neu deutscher patriotismus in der ddr und dann geht es halt so weiter und so weiter und im text wird ja der eindruck erweckt dass die ddr patriotischer war das klingt auch für mich so als denken die die ddr war das bessere deutschland das war ja nicht der spruch von von dieser dame hier sarah wagenknecht selbst selbst sie muss sich für den spruch entschuldigen obwohl sie dann lange zeit noch so ähnlich gedacht hat hier also auch hier in diesem gemeinsamen buch wagenknecht und elsässer damals schon die querfront vorwärts und vergessen konkret verlag im linken also da hatten wir schon diese ganzen ideen gesehen von wegen die ddr war das bessere deutschland und und so weiter und natürlich heulte elsässer heulten seinen gesinnungsgenossen ganz heftig über die wiedervereinigung und wagenknecht sagte dann das war eine eine besatzung also die besatzermacht übernahmen dann die bösen übernahmen die ddr also kann so ein bisschen so die insurgency rhetorik die dann wagenknecht da damit reinbrachte und dann werden die so weitere zitate so ein bisschen aus dem kontext gezogen oder einfach so so billige sed aussie propaganda von diesen moskauhörigen diktatoren wird dann so umgedeutet als hey war das nicht schön patriotisch damals und deswegen sind im osten die leute heute patriotischer und wählen schön afd und und die linke also diese moskau freundlichen parteien die einheiten der gerade gegründeten nationalen ddr volksarmee paradierten in einem waffenrock der jenem der wehrmacht zum verwechseln ähnlich sah die feldgrauen uniformen so erläuterte es die wochenschau entsprechend im gegensatz zu den amerikanischen uniformen der westdeutschen söldner den nationalen traditionen unseres volks oh progressive ansätze der deutschen geschichte fanden ihr vermächtnis in der ddr so erhielten in den 1980er jahren auch martin luther und der eiserne kanzler otto von bismarck ihren platz in der ahnengalerie der ddr unter den rehabilitierten war auch also in rehabilitierten der ddr propaganda von moskaus gnaden war auch preußenkönig friedrich der zweite den honecker in einem interview 1980 nach entsprechendem wink von sowjet botschafter pyotr abrasimov als der große bezeichnete und dessen reiter standbild er kurz kurz darauf wieder auf den berliner prachtboulevard unter den linden aufstellen ließ okay paar schritte zurück die ddr brachte damals die ddr brachte damals auf befehl moskaus ein bisschen dümmliche einfache propaganda um die leute zu kontrollieren und ich meine bismarck braucht kein verspätetes posthumes lob von den kommunisten bismarck hätte auch kein solches lob gewollt beziehungsweise bismarck hätte nicht gewollt dass sein name hier so schrecklich missbraucht wird von den kommunisten und von moskau würde sich bismarck im grabe rumdrehen aber sollen wir jetzt denken dass die ddr das bessere deutschland war das patriotischere deutschland als russisches protektorat also und ich meine ja die nachwirkungen ja heute es wird ja gefordert mehr ost bindung linke und afd die moskau freundlichen parteien ich meine schnallen die großen putin fans hier in deutschland dass die schnallen jetzt die großen putin fans und so dass die linke und die afd in westdeutschland keine großen chancen haben und und konzentriert man sich deshalb jetzt in der propaganda eher auf den osten elsässer elsässer heulte ja früher über den verlust der ddr und elsässer elsässer fand in den 90er noch elsässer fand dass die ddr zu wenig antideutsch war er beklagte ausführlich dass die sed nationalistische slogans verwendet hatte und heute wo solche slogans elsässers agenda zu nutzen scheinen machte er sich diese slogans zu nutze und zu eigen also sind die deutschen heute blöd genug sich in eine zweite ddr hinein locken zu lassen wie viele kompakt leser und putin fans würden tatsächlich heute in den osten ziehen was würden diese leute denken wenn es wirklich eine neue deutsche teilung gibt und ostdeutschland wieder und die ostdeutschland wieder unter die kontrolle der russen fällt würden diese leute die dahin gezogen sind freiwillig die aber nicht mehr wegziehen dürfen würden die dann immer noch diese neue ddr genießen wo jede kleinste kritik an der fremdherrschaft übel bestraft wird ist das dann der von oben erlaubte patriotismus der noch erlaubt ist dass man partei slogans nachäfft von wegen bismarck bismarck und ansonsten herrscht moskau und die planwirtschaft und so weiter darüber hinaus leider sagt elseser hier und das ist aus den 90ern leider versuchte die ddr immer wieder sich gegenüber der bundesrepublik als der deutschere staat zu profilieren so ende der 40er und anfang der 50er jahre als die sed mehr als 100 initiativen zur wiedervereinigung startete und den alliierten kanzler adenauer des nationalen verrats bezichtigte zur gleichen zeit setzte eine reaktionäre kampagne gegen internationale kunst ein die sich in der folge auch gegen rock and roll und beat richtete spätestens ab mitte der 70er jahre bemühte sich die sed leider so elseser um eine offene bezugnahme auf das deutsche nationale kulturerbe wobei selbst luther bismarck und friedrich der zweite abgefeiert wurden die die jetzt abgefeiert werden im kompakt magazin vielleicht das typischste symbol dieser symbiose aus sozialismus und preußentum war die tägliche wachablösung unter den linden der stechschritt mit dem die wehrmacht vor hitler paradiert hatte galt auch bei ulbricht und honecker als schneidig und was heißt es hier in dem in aktuellen kompaktheft die die uniformen waren wie wie beim die uniformen waren so so klassisch die feldgrauen uniformen so erläuterte es die ddr wochenschau entsprechend im gegensatz zu den amerikanischen uniformen der westdeutschen söldner den nationalen traditionen unseres volkes deutsch unsere fluren und auen bald strömt der rhein wieder frei hieß es in der später aufgebenden vierten strophe eines liedes über den kpd vorsitzenden ernst hellmann wie weit die ddr führung dabei zu gehen bereit war erfuhr die erstaunte öffentlichkeit ab märz 56 die einheiten der gerade gegründeten nationalen volksarmee paradierten in einem waffenrock der jenem der wehrmacht zum verwechseln ähnlich wird jetzt gefeiert also heute heißt es das war doch toll dass die ddr solche geschichtsfiguren dass die ddr solche geschichtsfiguren gefeiert hat wie martin luther bismarck und friedlich der zweite aber hier zu einem früheren zeitpunkt da passte es elsässer nicht in den kram die ddr war ihm nicht antideutsch genug die ddr war ihm immer noch zu deutsch die ddr war ihm immer noch zu soft die ssd-diktatur war ihm zu soft die umerziehung war ihm zu wenig und schande schande dass die ssd es gewagt hatte meinte hier elsässer in den 90er jahren ich habe das buch hier in der hand schande schande dass die ssd in der ddr schande dass die ssd eine offene bezugnahme auf das deutsch nationale kultur erbe gewagt hatte wobei selbst luther bismarck und friedlich der zweite abgefeiert wurden okay ich hoffe niemand trifft da draußen eine dumme entscheidung und zieht jetzt bewusst in den osten weil er sich davon weil er sich davon mehr patriotismus erhofft oder weil er sich jetzt davon russlands hilfe erhofft oder weil er irgendwie dann meint putin hilf und wir haben dann eine neue ddr die besser wird als die alte ich hoffe niemand niemand ist so blöd und läuft ein zweites mal in die falle